Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 20. März. Heute haben wir dabei Google Stadia, Google Inbox, Plantronics, Insta360 und Twitter. Beginnen wir mit der großen Nachricht. Google hat einen Streaming-Service für Spiele vorgestellt und der heißt Google Stadia. Oder Stadia, wie man es dann auch aussprechen möchte. Ja, Gaming-Streaming-Service, praktisch Netflix fürs Spielen irgendwo. Und es ist eine Cloud-Lösung und Google verspricht da sehr viel. Bis zu 8K Streaming mit 120 Frames per Second. Zusätzlich auch 4K Streams mit 60 Frames per Second, also anscheinend ein variables System. Und ja, es richtet sich nicht an den Gelegenheits-Socker. Es richtet sich anscheinend an so eine Nische zwischen den Hardcore-Sockern, die eh eine Konsole haben. Und den Gelegenheits-Sockern, die eben sowas eigentlich auch gar nicht haben wollen oder brauchen. Und dazu hat Google auch einen eigenen Controller vorgestellt. Und bei dem Controller ist es total spannend. Der connectet sich direkt via WiFi mit dem Netz. Und damit soll anscheinend eins der großen Probleme beim Streaming von Spielen entgegengewirkt werden. Und das ist der Lag. Also sprich, die Verzögerung, wenn man eine Kontrolle ausführt oder einen Knopf drückt und die Aktion auf dem Bildschirm stattfindet. Der Controller hat zusätzlich noch einen Share-Button, damit man die Inhalte direkt zu YouTube schicken kann. Und logischerweise, ich meine Google haut ihn ja überall rein, ist auch der Google Assistant mit an Bord. So, das Ganze ist auf jeden Fall sehr spannend und eigentlich der erste große Streaming-Dienst, der am Start ist mit Spielen. Wenn wir jetzt mal so Steam und solche Sachen weglassen und soll auch alles noch 2019 stattfinden. Konkreten Termin gibt es noch nicht, aber wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Und wenn wir schon bei Google sind, ganz anderes Thema von Google. Das ist nämlich Inbox by Gmail, also die Google Inbox. Ist ein sehr beliebtes E-Mail-Tool und es wurde schon länger berichtet, dass das eingestellt wird. Ende März sollte es soweit sein. Und jetzt hat Google auch die ersten Infomails rausgeschickt, dass Inbox in 15 Tagen vorbei ist. Vergangenheit. Und wer zählen kann, der merkt, das ist dann mehr oder weniger der 2. April. Und dann ist es vorbei. Ja, also gewöhnt euch dran, wenn ihr Inbox-Nutzer seid. Ich bin damit damals einfach nicht warm geworden. Der Martin und ich waren ja auf dem Mobile World Congress und haben dort unter anderem auch Plantronics besucht. Und uns deren Produkte angeguckt. Die sind ja bekannt für Headsets in unterschiedlichen Varianten, Kopfhörern. Und sie sind jetzt zusammen mit Polycom gekommen. Schon witzig, Polycom und gekommen. Also Plantronics und Polycom verschmelzen zu einer Firma. Und die neue Firma hat dann auch einen neuen Namen. Und der ist Poly. Also aus Plantronics und Polycom wird Poly. Und damit möchten sie die zentrale Anlaufstelle für Anwender sein, die mit modernen Kollaborationslösungen arbeiten. Ja, das klingt erstmal sehr toll und großtrabend. Mal sehen, ob sich da was ändert. Weil die Produkte von Plantronics sind auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Plantronics Produkt hatte. Das ist auch schon Jahrzehnte her, würde ich mal sagen. Was ich bis jetzt noch nicht hatte, aber was ich mir immer angeguckt habe bei anderen, die es hatte, weil ich ganz spannend finde, ist eine 360-Grad-Kamera. Und zwar konkret die Insta360. Und der chinesische Hersteller Insta360, der mittlerweile ja diverse Kameras anbietet oder Zusätze auch für das Smartphone, und der hat jetzt neues Kapital aufgenommen, also Risikokapital, Venture Capital. Und zwar 30 Millionen US-Dollar in einer Serie C+. Und das Ziel ist es auch, 2020 mit einem IPO an die Börse zu gehen. Das Interessante bei Insta360 ist, dass die Firma auch profitabel ist. Und ja, auch mehr oder weniger, nicht unbedingt der Standard, aber schon irgendwie eine große Nummer in der 360-Grad-Video ist. Denn ja, die meisten, wenn ich kenne, wenn die 360-Grad machen, haben halt von Insta360 eine Kamera. Zum Beispiel die One X. Ja, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Weil ja auch jetzt gerade im Videomarkt auch oder bei den Action-Camps die Konkurrent durchaus groß ist. GoPro verliert ja immer mehr an Traction und Firmen wie DJI gehen rein und eben auch Insta360. Und letztes Thema für heute, das ist Twitter. Die haben jetzt angekündigt, dass sie ein bisschen korrekter vorgehen mit ihren API und Entwicklerzugängen. Und ab dem 19. Juni verlangt Twitter von ihren Entwicklern, dass sie die Apps, die halt mehr als 100.000 Mal am Tag die API, also abrufen, ansprechen, dass die Apps eingereicht werden für einen Review. Und wer das nicht tut, der wird dann dementsprechend auch geblockt oder halt gekappt bei 100.000 Anfragen pro Tag. Und damit verspricht sich Twitter ein bisschen mehr Sicherheit, damit sie eben nicht so einen Facebook-Moment haben, wie dies im letzten Jahr mit Cambridge Analytica hatten. Und das war's jetzt auch für heute. Bergfest, wie man so schön sagt am Mittwoch. Habt noch einen tollen Mittwoch und ich hoffe, wir hören euch, nicht wir hören euch, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.